Hallo Jonas. Wie war euer Tag bisher so? MCC ist die Implantatgröße. Snapchat habe ich nicht. Neymar, Dankeschön für dein Follow. Kennst du Frau Bauer? Ich Was isst du lieber, asiatisch oder italienisch? Was machst du heute noch? Ich arbeite heute noch ein bisschen, dann gehe ich noch spazieren, also ich habe ja einen kleinen Hund, der muss hier raus. Spazieren, kochen, ja. Mein Tag war bisher schön. Ich war einkaufen. Brauchst du einen Moderator? Gerade nicht, nee. Gehst du oft feiern? Nee, ich gehe gar nicht feiern. Feiern ist nicht so mein Ding. Dankeschön. Geht ihr denn gerne feiern? Und wenn ja, wo? Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Luigi, danke für dein Follow. Gehe auch, ich gehe jetzt auch raus, habe vorher geguckt. Ja, ja. Sehr schön. Wünsche dir viel Spaß draußen. Dankeschön für das Teamherz. Du hast schöne Augen, braune Augen. Nee, ich habe blaue Augen. Braun sind die nicht. Nee. Dankeschön fürs Eis. Das kann man jetzt gut gebrauchen hier bei dem Wetter. Es gibt jetzt Monte-Eis, ne? Also von dem Joghurt. Ich habe mir heute erst mal mitgenommen. Dankeschön für die Rose. Wie groß bist du? Ich bin 1,68. Wie groß seid ihr? Ja, schaut auch sehr gerne bei mir auf Insta vorbei. Das würde mich auch sehr freuen. Meinen Insta habe ich hier verlinkt auf meinem Profil. Ja, Sino, danke für dein erstes Geschenk. Dankeschön für deine drei Rosen. Und Leon, danke für dein Flammherz. 1,80. Ja, das ist doch eine gute Größe. Dankeschön für den Follow. 1,89. Ja. Alles sehr, sehr gut. Auch meine abgebrochenen Haare hier, ne? Ähm... Dankeschön für den Follow. Schaut auch sehr gerne bei mir auf Insta vorbei. Das würde mich auch sehr freuen. Meinen Insta habe ich hier verlinkt auf meinem Profil. Dankeschön. Boah, das ist übertrieben der Tick von mir. Ich muss immer alle meine Oberteile so halb über meine Hände ziehen. Ähm... Pasta, danke für deinen Follow. Und ja, meine Oberweite habe ich machen lassen, ja. Hallo. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Was macht dir Schönes? Das ist schlecht, wenn du dich nicht mehr erinnern kannst. Danke schön für die drei Rosen. Leeroy, danke für deinen Follow. Wie geht's? Bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei euch auch. Leandro, danke für deinen Follow. Schaut auch sehr gerne bei mir auf Insta vorbei. Meinen Insta habe ich hier verlinkt auf meinem Profil. Das würde mich auch sehr freuen. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Wie wird dein Name ausgesprochen? Diana. Ich habe auch blaue Augen. Das ist gut. Blaue Augen sind sehr schön. Auch wenn ich manchmal gerne braune Augen hätte. Ja, hier habt ihr nochmal meinen Insta-Namen fixiert bekommen. Schaut dort sehr gerne vorbei. Das würde mich sehr freuen. Ich finde den Namen auch sehr schön, ja. Danke schön für die Rosen. Vielen lieben Dank. Und danke fürs Fingerherz. Nike Pro. So ist das Leben. So ist es leider. Ich komme aus Berlin. Dankeschön für den Follow. Hallo. Ist dir nicht warm? Nee, tatsächlich geht es. Also in meiner Wohnung ist es noch relativ schön kühl. Dankeschön für den Follow. Mir geht es gut. Ich hoffe, euch auch. André, danke schön für deine Rose. Und danke für die beiden Follows. Nee, also ich habe echt Glück. In meiner Wohnung hier ist es noch angenehm. Aber wenn ich rausgehe, dann ziehe ich auf jeden Fall ein T-Shirt an. Hallo. Besonders schlimm ist es, wenn man ins Auto steigt. Ich habe Ledersitze. Da verbrennt man sich erst so den Arsch. Dankeschön für die Rosen. Und Dankeschön fürs Teamherz. Michael, danke für deine vier Rosen. Ich habe einen klitzekleinen Mini-Hund. Hallo. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Dankeschön für den Follow. Schaut auch sehr gerne bei mir auf Insta vorbei. Das würde mich auch sehr freuen. Mein Insta habe ich hier verlinkt auf meinem Profil. Bei mir ist auch alles gut. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke für die Rose. Ja, hier habt ihr nochmal meinen Insta-Namen fixiert bekommen. Macht euch gerne ein Screenshot. Und schaut dort sehr gerne vorbei. Wenn es so warm wird, dann kleben meine Haare immer so komisch aneinander. Die sehen dann immer voll aus, als wären die fettig. Ich hasse das. Vielen Dank. Thank you! Was habt ihr denn gestern so schönes gemacht?